oh yes hat das mit der atmung endlich erledigt fische müssen nicht auftauchen um luft zu schnappen mit taschenlampe läuft bei mir da ist noch einer ich verschwinde nachher ein noch vermute da die ersten vier unterwasser waren wird er auch unter wasser sein aber wohl wer ist Nummer 5 da 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 hier Mumbo Nummer 5 da 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 schiva wa Vielen Dank.